Guten Tag, meine Damen und Herren. Erlauben Sie uns einen kurzen technischen Hinweis. Sollten sich bei Bild und Ton Störungen einstellen, dann prüfen Sie bitte mit einer anderen bespielten Kassette, ob der Fehler an Ihrem Gerät liegt. Sollte die Störung an der Kassette liegen, so bitten wir Sie, den der Verpackung beiliegenden roten Aufkleber auszufüllen, an der Kassettenhülle anzubringen und zurückzuleiten. Diese Kassette darf Jugendlichen nicht zugänglich gemacht werden. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.